So, dann herzlichen Glückwunsch mit dem Fahrrad von der Klinik Oktakon. Wenn man nur ein verfucktes Spiel gewinnt, dann haben wir die Quest erfüllt. Geil. Einfach nur sexuell. Dann überspringen. Dann überspringen. Dann überspringen. Dann überspringen. Dann überspringen. Dann überspringen. Fertig ist auch noch schrecken. Seht gerade so. Das ist ein direkter Witz, oder? Dann überspringen. Dann überspringen. Dann überspringen. Oh. Dann überspringen. Dann überspringen. Aber nur lächerlich. Aber nur lächerlich. Ihr dem ist wie der Beste wie wir Ist so Das Spiel ist lächerlich Einfach nur lächerlich Ich muss nur noch ein Spiel gewinnen Dann habe ich es Ein verficktes Spiel Dann habe ich die Quest erfüllt Warum darf ich das denn nicht Oh mein Gott kann man nicht aufgeben mehr denn das komm gib auf da sind wir auch noch bitte komm hat er gedrückt ja gut hat er keinen sinn mehr gehabt wenn man sieht der gender ist übermächte muss dann gibt man einfach auf irgendwann muss man einsehen es hat keinen sinn dann gibt man einfach auf oder ein spiel noch ein spiel war ich noch noch ein perfektes spiel oder im idealfall wäre ich noch wertvollste spieler dann habe ich beides erfüllt aber das hier das ist eine aufgabe die werde ich nicht erfüllen können aber das möchte ich noch schaffen ich möchte noch ein spiel gewinnen damit ich das eine spiel noch gewonnen habe damit ich einfach mir da nur ein wichsen kann und gewonnen habe so wir enden hier bis zum nächsten mal und nicht vergessen müsst ihr mich immer kommentieren teilen und mich abonnieren